hallo ihr lieben und herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist nicole und heute habe ich ein tauschpaket für euch ich wünsche euch dabei ganz viel spaß und wir sehen uns gleich wieder in meiner letzten trend box hatte ich ein parfüm enthalten was mir leider vom duft ja nicht so sehr zusagte ich verlinke euch das video mal hier oben daraufhin schrieb mich eine liebe zuschauerin an dass sie sich für dieses parfüm sehr interessieren würde und ich bat sie darum mir einfach mal eine e mail zu schreiben und die zuschauerin alexandra ist ihr name hat mir dann auch eine e mail geschrieben und hat mir dann ein tauschpaket vorgeschlagen ich fand die idee richtig süß und dachte mir klar das machen wir das ist mein allererstes tauschpaket ich war richtig aufgeregt und das war total spannend für mich ich habe das erste mal für jemand ganz fremden produkte geshoppt und das war doch eine ordentliche herausforderung ja alexandra und ich haben uns auf das thema beauty favoriten festgelegt und da alexandra keinen eigenen youtube kanal hat war sie damit einverstanden dass ich die sachen die ich für sie geshoppt habe in einem separaten video einfach hochlade für euch damit ihr auch sehen könnt was im gegenpaket quasi drin war das habe ich jetzt erst veröffentlicht gehabt das verlinke ich euch auch mal hier oben also wenn ihr da reinschauen möchtet und alexandra hat einen instagram kanal den darf ich euch in der infobox verlinken schaut doch da einfach auch gerne mal vorbei da würde sie sich bestimmt freuen ja jetzt habe ich ihr paket bekommen und das ist ein riesenteil und mega schwer also mein paket an sie war schon ordentlich schwer mit knapp fünf kilo aber ich glaube dieses top das noch mal in jedem fall wir machen das jetzt direkt auf ich bin mega aufgeregt neugierig und gespannt was da jetzt alles drin ist und wir starten einfach also liebe alexandra du hast dir ja ordentlich was reingepackt die kiste ist prall gefüllt bis oben hin sie ist so schwer dass mir der armlöch abfällt hier liegen schon so einige sachen drauf die man direkt erkennen kann und wir schauen uns jetzt einfach eins nach dem anderen mal an als erstes habe ich hier dieses produkt von essence in der box ein color and change magic effekt designer ich habe überhaupt keine ahnung was das ist das ist hier so ein glasfläschchen und hier drin ist so ein ganz feines pinselchen im prinzip sieht das fast aus wie so ein nagellackfläschchen aber der pinsel ist viel 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 feiner ich denke mal man kann wenn man sich den nagellack frisch aufgetragen hat damit irgendwelche effekte zaubern das werde ich einfach mal ausprobieren wie das funktioniert liebe alexandra vielleicht magst du mir auch dazu was in die kommentare schreiben denn davon habe ich echt noch nie was gehört so wir greifen mal das nächste ein original beautyblender cool da freue ich mich vielen lieben dank sehr schön ich habe noch keinen originalen beautyblender gehabt ich nehme immer die von realtechniques sehr cool ich freue mich dann haben wir hier noch ein produkt von essence ein coverstick mit sechs gramm auch sehr schön kann man immer gebrauchen und dann haben wir als nächstes so ein schönes grünes organza säckchen von ottoman ein geschenkbeutel olive da sind es eine body lotion drin und eine olivenöl seife ich mache das mal fix auf dann können wir uns das genauer anschauen also hier haben wir eine feuchtigkeit spendende olivencreme für körper und hände und hier haben wir noch so ein richtiges stück seife mit olive 100 prozentig 100 prozent olivenöl sehr schön auch eine schöne größe so große stückseifen verbrauchen sich ja ewig nicht auf und da mag ich die kleinen viel viel lieber vielen dank wo das nächste ist richtig toll und zwar eine creme maske von neutrogena die ageless boost für glatte jünger aussehende haut richtig richtig toll danke danke die wollte ich mir sowieso kaufen und jetzt habe ich sie einmal da dann habe ich hier einen nagellack von eq cosmetics mit gloss effekt in der farbe nummer 10 schwarz schwarzen nagellack habe ich tatsächlich noch nicht da und habe ich ja auf den fingern gelnägel drauf da werde ich die nicht anwenden können für die fußnägel weiß ich nicht ob das so gut kommt mit schwarz liebe alexandra du bist mir doch nicht böse wenn ich mich dafür entscheide den weiter zu geben oder aber ich glaube schwarzer nagellack ist leider nicht so ganz meins oh mein gott dann hat sie mir noch was von meiner lieblingsmarke reingepackt und zwar von rituals und süßes fläschchen the ritual of sakura ein natural dry body oil das werde ich meinem mann in die hand rücken dann kann er mich das nächste mal wieder schön massieren ja und jetzt sprach ich gerade von meinem mann und als hätte sie es geahnt habe ich jetzt hier ein produkt für meinen mann von yves rocher eine sensitive feuchtigkeitspflege 3 in 1 sehr schön werde ich ihm gerne weitergeben und dann habe ich hier noch ein nagellack glaube ich so schaut er aus von sally hansen ein complete salon manikür mit neuer formulierung steht auf dem deckel in der farbe 660 pet on the black ok schwarz sieht er nicht aus der sieht eher so dunkel lila aus was mir recht gut gefällt ja das ist so ein ganz 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 dunkles lila der gefällt mir richtig gut und den kann ich mir auf meinen fußnägel sehr gut vorstellen ne katerchen bist auch neugierig ne den werde ich auf alle fälle nutzen dann habe ich hier noch etwas von yves rocher und zwar ein haarshampoo für koloriertes haar sehr gut das passt natürlich zu meinem haartyp und und ja 50 milliliter bietet schutz und sollte also die haarfarbe schützen und das haar leuchten lassen dann habe ich hier etwas von catrice ein express cuticle remover ein sekundenschnelles nagelhaut entferner gel auch nicht schlecht wenn man sowas da hat ich werde mal ausprobieren wie das so ist ich kenne es noch nicht ich muss auch gestehen dass ich mich glücklich schätzen kann dass sich relativ wenig dass sich relativ wenig nagelhaut bei mir bildet manchmal kommt es aber doch vor und dann werde ich das einfach mal ausprobieren dann habe ich hier und das ist noch das gegenstück zu dem ein produkt was sie gerade hatten von yves rocher ein shampoo für trockenes und strapaziertes haar das werde ich mir für die kältere monate gleich glaube ich aufheben denn da sind meine haare tatsächlich sehr strapaziert und trocken also das für koloriertes haar werde ich direkt anwenden und das sehe ich mir einfach ein bisschen auf und dann haben wir hier noch eine mascara sehr cool von catrice cosmetics lash to kill pro die instant volume mascara waterproof auch sehr schön mascara kann man immer gebrauchen da freue ich mich vielen lieben dank sehr gut und das nächste ist von aqua ein easy liner jofrika sagt mir nichts wasserlöslich was bist du wasserlöslich leichte handhabung angenehmes hautgefühl wisch fest anwendung kappe abnehmen stift heraus drehen und losmalen nach dem trockenen wisch fest entfernen mit wasser und seife achtung kühl und trocken lagern da kann man hier ist ein kind abgebildet mit so einem kinderschmink gesicht wenn ich das jetzt hier richtig sie hat der die farbe schwarz vielleicht nehme ich den tatsächlich mal her wenn ich meinen sohnemann schminke vielleicht hat sie das auch wirklich dafür gedacht denn sie weiß dass ich einen sohn habe und wenn dann mal wieder halloween oder so ansteht und oder fasching dann werde ich den ausprobieren als nächstes habe ich das in der box gefunden auch wieder von essence ein metal shock eyeshadow mit 3,5 millilitern das ist so ein ganz irres silber mit viel glitzer das kann man sicherlich sehr gut als topper oder so her nehmen also ein richtig schöner ja dunkel silber ton würde ich sagen gefällt mir den werde ich mal als topper oder so ausprobieren so die nächsten sachen sind alle sehr schön sicher so mit küchenrolle eingepackt und da weiß ich jetzt also gar nicht was ich greife wir machen einfach mal eins nacheinander nacheinander hier raus ach mensch du bist toll ich liebe kneipp und ich liebe die pflegeölbehäder und das ist das mandelblütenhautzart also das ist wirklich richtig richtig toll vom duft das ist so eine größe von einer flasche das reicht für ein bis zwei vollbäder ich bin ja ehrlich ich knall mir immer so eine ganze kleine flasche in die badewalle rein es ist wirklich richtig schön pflegend ja mit 94 prozent pflegende mandelöl richtig richtig schön ich freue mich schon auf mein nächstes bad ein lippenstift ist das nächste von aloe sehr schön und die verpackung verrät noch überhaupt nichts über die farbe das ist der absolut mit mir ein nourishing lip balm stick also auch noch ein pflegender lippenstift das ist so ein leichten rosé ton ich denke mal der wird kaum farbe abgeben ja also der macht nur einen leichten glanz ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt das ist also im prinzip wie so ein labello ich fresse lippenpflegestifte meine lippen brauchen immer viel pflege und deswegen sehr gut werde ich nutzen so hier haben wir das nächste ich packe das mal aus es ist wieder etwas kleineres fühlt sich ein bisschen weicher an von essence der hashtag insta perfect liquid make up so sieht das aus strong matt effekt in der farbe hot chocolate ich hoffe der ist mir nicht zu dunkel ich werde es mal ausprobieren vielleicht dann was für ein spätsommer oder so ich muss mal gucken hier haben wir jetzt etwas größeres fühlt sich fest an von l'oreal net das habe ich neulich auch in einer box gehabt jetzt habe ich da quasi ein zweites hier würde ich es jetzt einfach so machen dass ich das was ich in der box hatte einfach weitergeben werde und dieses wird in mein back up wandern also das was ich in meinem besitz schon habe habe ich auch noch nicht genutzt und dann werde ich das hier nutzen liebe alexandra und dann gebe ich einfach das andere weiter hm was könnte das sein vielleicht ein duschgel von douglas home spa das polynesian dream kokui oil and noni fruit ein balancing shower form lag ich ja gar nicht so schlecht mit meiner vermutung sehr schön das wollte ich mir auch neulich mal kaufen und das riecht richtig schön frisch sehr gut also da freue ich mich drauf hier ist noch so viel drin ich glaube ich muss ein bisschen angasen hier habe ich was drin das fühlt sich an wie eine palette wie so eine kleine essence palette oder so ich bin gut das ist wirklich die essence in love with rose palette sehr schön die hat so richtig schöne alltagstaugliche farben die habe ich noch nicht und die werde ich auf alle fälle hernehmen so richtig schöne rosé töne schimmertöne matte töne richtig cool dankeschön so das nächste fühlt sich nach einer tube an ist vielleicht eine body lotion oder sowas nein für die haare auch wieder von douglas ein protein repair intensiv shampoo mit almond and chia also mit mandel und chia für trockenes strapaziertes haar sehr gut stelle ich mir mit in mein back up wieder etwas kleineres was ist das we are we are l'amour mein französisch ist nicht so gut ein eau de parfum von yves rocher kenne ich noch nicht riecht er blumig mit einer süßen note ich muss mir das mal auf die hand aufsprühen da ist es ja auch nicht mal anders ich lasse das mal kurz wirken und schnuppern da gleich nochmal aber das gefällt mir auch sehr gut das nächste von essence ein volume stylist 18 stunden lash extension mascara noch eine schöne mascara mensch wow sag mal was hast du hier alles eingepackt sehr der wahnsinn das ist eine mascara für perfekt gestylte wimpern mit verlängernden fasern für vollere und längere wimpern die bis zu 18 stunden halten so eine mascara habe ich tatsächlich auch noch nie gehabt die so eine fasern drin haben ich bin sehr neugierig und werde mir die direkt in meinem badezimmerschrank stellen und gleich morgen austesten mir fühlt es sich an als wenn ein paar mehr dinge drin sind ach wahnsinn du ahnst es nicht hier sind ganz viele stifte drin so das eine ist von essence ein eyebrow designer in der farbe 09 plummet up für die augenbrauen ja das ist so ein lila rosé ton würde ich sagen ich werde den mal austesten mal gucken ob ich den irgendwie anwenden kann aber ich kann mir den farbton nicht auf meinen augenbrauen vorstellen dann haben wir hier noch so einen in der farbe strawberry blonde das sieht eher aus wie so ein braun ton da weiß ich jetzt nicht genau das nächste ist ein lipliner sehr schön in einem richtig schönen pinkton so einer fehlt mir noch so einen in so einer farbe in so einer schönen knalligen gefällt mir richtig gut sehr gut dann sind hier aber auch noch weitere farben hier haben wir noch so ein lila ton der zweite ist in der farbe sherry sweet der erste übrigens in der farbe pink candy den zweiten trage ich auch mal auf der gefällt mir von der farbe auf alle fälle das ist so ein schönes rot auf alle fälle ja mensch da ist ja meine lipliner sammlung gleich um einiges erweitert hier dann haben wir von catrice einen long lasting lip pencil der ist in der farbe sweet auberginia also so ein lila ton ja auch sehr schön den kann man denke ich mit vielen lippenstiftfarben kombinieren dann noch einen von catrice ein velvet matt lip pencil in der farbe tada wo steht's steht hier nicht mhm gut ich zeig's euch aber einfach mal so ja das ist so ein ähm peachiger ton sehr schön fehlt mir auch noch in meiner sammlung da hab ich nämlich einen lippenstift für den ich noch keinen passenden lip liner habe und da wird er denke ich sehr gut passen und als letztes noch einen p2 perfect look kajal auch nicht schlecht und wenn das jetzt auch in so einem rosa ton ist ja ist es sehr schön oh der hat einen richtig schönen schimmer wie so ein highlighter richtig cool er sieht jetzt hier durch das kameralicht eher so weiß aus aber der ist wirklich so zart rosa gefällt mir gut und den denke ich kann man auch fürs inner corner highlight setzen oder anderweitig werde ich einfach ausprobieren richtig cool also lip liner und kajal bei den augenbrauenprodukten bin ich ehrlich das sind nicht so meine farben ähm ja gut aber man kann ja nicht immer so ein volltreffer landen wenn man jemanden etwas kauft und schenkt wenn man denjenigen gar nicht so gut kennt und ich hoffe sehr sehr dass die produkte die ich für sie geschoppt habe dass die im großen und ganzen hier auch sehr zusagen werden ähm das ist halt immer so die herausforderung bei so einem tauschpaket das nächste was ich hier habe ist wieder von elovie das schaut mir aus wie ein eyeshadow ja ein lidschatten in der farbe 130 floral odyssey oh der ist aber auch sehr schön das ist so ein richtig schöner zarter rosa ton wenn man sich den mal so solo aufs bewegliche lid macht dann ist man dafür schon perfekt für den alltag unterwegs mag ich sehr gut leiden sehr schön so hier haben wir einmal einen nagellack in einem schönen nicht zu krassen gelb ton also schon kräftig aber eher so in diese pastell richtung das ist die farbe nummer 13s wenn ich mich jetzt nicht irre der soll in 60 sekunden trocknen und dann noch ein sweet and tasty lipgloss in einem schönen peachigen ton gefällt mir auch den werde ich mal swatchen ja so der ist ganz dezent hat so einen leichten orange dich drin also sehr gut für frühling und sommer geeignet den werde ich auch gerne nutzen hier habe ich wieder eine tube die sich nach duschgel oder körperlotion anfühlt oh wow von banengen ein lyca nutriv handcreme mit gänseblümchen und 7% schützende goldcreme die vereinen sich in dieser formel für sehr trockene hände also dass die gepflegt werden und mit feuchtigkeit versorgt werden schön also so sieht das typchen aus wir schnuppern mal ja riecht cremig nicht irgendwie großartig parfümiert hat 95% natürliche Inhaltsstoffe oder natürlichen Ursprungs und ja die kommt in mein Backup das fühlt sich an als wenn da zwei Produkte drin sind wieder Nagellack ja meine Sammlung erweitert sich da haben wir einmal eine wunderschöne Farbe von Catrice in der Farbe Soft Blossom der ist richtig schön gefällt mir und dann einmal einen von Manhattan Last and Shine in so einem nudigen Braunton da bin ich ehrlich und ich hoffe du verzeihst es mir aber die Farbe ist leider so gar nicht meins den werde ich auf alle Fälle weitergeben so hier haben wir vielleicht ein Lipgloss drin ja Mensch ich kann gut Dinge erfüllen stelle ich fest von Rivel de Young ein Crazy Matten Lasting Matte Lipgloss auch eher in so einer nudigen Farbe ich schau mal ob hier eine Farbnummer drauf steht Miss Kiss Miss Kiss ich glaube das Video wird drei Stunden lang das nächste ist von Elanee ein 3,8 pH Intimwaschschaum mit Orchidee Sherry ja auch Intimwaschlotionen Schäume gehören immer dazu wenn man sich pflegt finde ich und mit Orchidee und Sherry Duft finde ich gut schön von Rituals die Ritual of Ayurveda eine Balancing Body Cream da hatte ich schon die Handcreme die fand ich richtig richtig gut gehört zu meinen Favoriten und ich mag diesen Duft nach Indian Rose und Himalaya Honey sehr sehr schön ich freue mich sehr darüber das nächste Produkt ist ein Bronzer von Essence der gefällt mir richtig gut für einen Mosaik Compact Powder der hat so eine richtig schöne Prägung mit verschiedenen Farbtönen das ist die 01 Sun Kiss Beauty der fühlt sich schön an dürfte für mein helles Häutchen auch gut geeignet sein wo habe ich denn hier noch Platz ich weiß nicht ob ich es jetzt sehen könnte ich habe ihn hier aufgetragen jetzt sind meine Hände natürlich auch ein bisschen bräuner schon vom Gesicht also als im Gesicht denn im Gesicht verwende ich sehr viel Sonnenschutz auf den Händen weniger deswegen sieht man den jetzt hier leider nicht so gut aber ich denke gerade im Winter werde ich den hier auf alle Fülle gut nutzen können vielen lieben Dank so mal schauen was wir jetzt greifen das fühlt sich weich an und knistert hier sind ganz viele Masken drin jetzt wäre mir hier fast was runtergefallen ok was haben wir hier alles das ist schon mal sehr sehr schön von L'Oreal die Detox Maske Tonerde Absolu gesund strahlender Tone das sind drei reine Tonerden und Aktivkohle das ist das gute Stück werde ich nutzen dann von Schemes die kenne ich schon ich liebe diese Maske das sind so drei verschiedene Masken mit Heilkreide Himbeere und Lakritz und die Himbeere riecht auch wirklich nach Himbeere und die Lakritz ganz dezent nach Lakritz und die Kombi aus einem ist richtig toll da ist eine speziell für die T-Zone geeignet eine für die Partie unter den Augen und die dritte mit der Lakritze für Wangen und Halsbereich also die kenne ich schon ich freue mich dass ich die jetzt wieder da habe dann von Balea eine wärmende Gesichtsmaske habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert freue ich mich Lovey Moments mit Salicylsäure und Zink gegen unreine Haut dann nochmal die von Schemes mit den drei verschiedenen eine weitere von Schemes die reinigende Detox Maske dann von Lavera Naturkosmetik eine straffende Pflege Maske mit Caragnar Öl Bio weißer Tee und Bio Granat Apfel Öl auch sehr schön werde ich ausprobieren von Isana eine Anti Falten Maske und von Wonder Stripes eine Age Correct in Hand Maske auch sehr schön jetzt kriege ich aber fast ein schlechtes Gewissen liebe Alexandra du sag mal du hast doch niemals unser Budget eingehalten also ich habe dir nur eine Maske reingepackt und da sind noch so viele Produkte drin und machen wir weiter im Text das nächste von Nivea ein Body Mousse 48 Stunden samtweiche Pflege Lotion zieht schnell ein mit Tiefenpflegeserum und Shea Butter sehr sehr schön cool dann von Alverde eine Körpermilch mit Bio Kakaobutter und Bio Hibuscus ich weiß gar nicht wenn ich das alles aufbrauchen soll lieber Alexandra ich glaube ich brauche die nächsten zwei Monate nicht mehr zu DM die Form und hier schieben wir jetzt auch ein bisschen durch ich glaube das ist was von ja Exotic Litchi Sorbet ein pflegender Balsam für gestrisste Hände von Treckle Moon ich habe das schon mal gehabt und habe das aber weitergegeben und das finde ich jetzt irgendwie cool dass ich das wieder quasi neu bekommen habe weil jetzt kann ich es mal selber testen so hier sind auch glaube ich wieder mehrere Dinge eingepackt nein es ist ein Set ach was ein Badeset ein Duschgel mit dem Duft Litchi und Vanille oh das klingt spannend und eine Body Lotion auch mit dem gleichen Duft das ist ja total süß ich mag das gerade gar nicht aufreißen weil das so schön verpackt ist aber ich würde gerne mal dran schnuppern ich gucke mal ob ich das vorsichtig aufbekomme ja mit vorsichtig war nichts ich habe sie jetzt sicher beide so aber das ist nicht schlimm ich schnuppere jetzt mal jetzt ist das auch noch versiegelt also hier rieche ich nichts durch und das ist auch versiegelt hier rieche ich auch nichts durch und da ich gerade noch zu viel auf habe und ich will dass mir das irgendwann schlecht wird weil das sieht so hübsch aus lasse ich das jetzt zu aber ich glaube ich mag den Nitchi Duft und ich mag Vanilleduft das wird mir bestimmt gefallen wieder etwas kleineres von Isana Professional eine Soforthilfe Haarkur Stärkung und Aufbau mit Keratin, Weizenprotein und Panthenol ohne Silikone für stark geschädigtes und brüchiges Haar auch sehr schön auch eine schöne Größe die kann man gut aufbrauchen und sehr gut freue ich mich was hier wohl drin ist es ist irgendwie wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern alles zusammen ach schön eine Essence Correct to Perfect CC Powder Palette mit vier unterschiedlichen Farbtönen je nachdem was man korrigieren möchte ob Rötungen, ob dunkle Augenringe und so weiter sehr schön ich habe die von Essence noch nicht ausprobiert werde ich aber jetzt natürlich zum Anlass nehmen und sie in mein Badezimmer packen so was haben wir hier von Essential Daily Care ein Exfoliate & Purify Your Skin Face Mask eine Peel-off Charcoal für normale Haut das ist eine Geschichte da muss ich sehr drauf achten wie mein Hautzustand gerade ist wenn der etwas trockener oder gereist ist kann ich die nicht anwenden ich werde mir überlegen ob ich die weitergebe oder selbst behalte aber ich glaube tendenziell werde ich die weitergeben weil meine Haut doch da relativ empfindlich reagiert und Tee hat sie mir auch reingepackt von Teekanne träumschön Harmonie für Körper und Seele eine entspannende Kräuterteemischung das ist schön ich nehme mir tatsächlich gerne immer gerne ich nehme mir tatsächlich immer gerne gerne ja ja ich nehme mir tatsächlich immer gerne mal eine Tasse heißen Tee mit in die Badewanne und deswegen sehr schön, vielen lieben Dank hier bin ich gespannt was das ist eine Gesichtsmaske mit Rosenduft von LT das sagt mir so gar nichts Anwendung die La Verde dünn auf das Gesicht auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen und dann abspülen LT Naturprodukte aus Deutschland das ist hier noch verklebt ich werde es jetzt darum nicht auf aufmachen ich kenne die Marke so gar nicht ich werde da mal nachforschen und mich mal ein bisschen schlau machen hier ist in jedem Fall 100% Natur und 0% Chemie drin was ich sehr gut finde und probieren geht über studieren so viele Produkte sind es jetzt nicht mehr das neigt sich dem Ende zu und ich glaube ich weiß gar nicht wie lange wir jetzt hier schon bei sind wieder von Bernangen ein Produkt eine Duschcreme sehr schön ähm ja Stockholmen kommen nicht ich habe vorhin überlegt wo Bernangen herkommt Stockholmen sehr schön die reichhaltige Formel vereint die in Lapland beliebten wilden Moltebeeren und 7% schützende Goldcreme in einer Duschcreme die trockene bis sehr trockene Haut mit intensiver Pflege umhüllt und es soll ja richtig gut riechen ne oh ja Moltebeere sehr schön machen wir weiter von darf ein Duschschaum mit Acai Öl für ein 24 Stunden weiches Hautgefühl das hat die liebe Alexandra hier nochmal zum Schutz zugeklebt sehr gut ich habe auch versucht alles so sicher wie möglich einzupacken berichte mir mal ob alles heile bei dir angekommen ist also bis hierhin bei dir alles top super ja cool kenne ich auch noch nicht teste ich gerne das nächste ist von Naturebox eine Haarspülung mit 100% kaltgepresstem Mandelöl für ein leichtes Haargefühl ohne Rückstände Silikon und Paraben frei vegan sehr cool habe ich auch noch nicht da gehabt und werde ich auch auf alle Fälle nutzen und ausgiebig testen mal schauen was das nächste ist wieder von der gleichen Marke wie die Gesichtsmaske eine saure Rinse natürliche Pflegespülung also auch wieder was für die Haare zur schonenden Chemie und seifenfreien Haarpflege der natürliche Säuremantel ihrer Kopfhaut bleibt unversehrt die Pflegespülung anzuwenden und das nächste ist auch wieder von der gleichen Marke eine Gasol Fertigmischung mit Limettenduft zur schonenden Chemie und seifenfreien Körper und Haarpflege der natürliche Säuremantel der Haut bleibt dabei unversehrt wie Shampoo oder Duschgel anwenden also für Körper und Haare ich werde es einfach mal austesten hier habe ich gerade in dem Riesenkarton noch ein kleines Tübchen gefunden von Daytox eine Peel-off Maske mit Aktivkohle auch die werde ich leider weitergeben müssen weil ich diese Aktivkohle Masken nicht so gut vertrage bitte verzeihs mir und dann ist jetzt hier noch eine allerletzte Geschichte drin ein kleiner Umschlag und da hat sie drauf geschrieben ich habe in deinen Videos gesehen, dass du es magst kleines Geschenk was machst du da? wieso machst du noch was extra? das bin ich gespannt also ich mag ja viele Dinge das ist cool das sind diese zwei hübschen hier auch wie schön danke die mag ich wirklich sehr ich bin gerade total sprachlos ich weiß gar nicht was ich sagen soll und dann ist hier noch von Lancome nochmal so ein Sprühzerstäuber ich liebe die Düfte von Lancome und cool diese Mini Fläschchen sind so niedlich Dankeschön ja also liebe Alexandra an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank für deine Idee mit dem Tauschpaket es war ja mein allererstes und es war wirklich ganz aufregend für mich und du hast hier so viele Produkte reingepackt Wahnsinn das Allermeiste werde ich auf alle Fälle für mich selbst nutzen können und auch sehr gerne verwenden ich hoffe es macht dir nichts aus wenn ich ein zwei Sachen weitergeben werde und verschenken werde oder wie auch immer das ist halt so wenn man sich nicht so gut kennt dass man vielleicht nicht hundertprozentig das trifft das wird mir andersrum ja echt viel anders gegangen sein ja ich denke wir bleiben im Kontakt und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir für diese tolle Idee und euch sage ich natürlich auch vielen lieben Dank fürs Durchhalten und Zusehen ich kann euch nur den Tipp geben macht das auch mal sucht euch jemanden mit dem ihr so ein Tauschpaket macht überlegt euch ein Motto und tut euch gegenseitig überraschen es ist wirklich etwas richtig Schönes und damit sage ich vielen lieben Dank wenn ihr es noch nicht getan habt hier könnt ihr gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren dann macht das gerne ich würde mich freuen wenn wir uns auch in Zukunft wiedersehen bis dahin tschüss und alles Liebe eure Nicole